Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vintage Story und zwar in der Staffel 2, jetzt wollte ich schon sagen Staffel 4, das wäre aber Quatsch. Wir haben im letzten Stream noch ein bisschen nebenher was gemacht, war zwar ein Karaoke Special Stream gewesen, aber dennoch hatte ich ein bisschen was schaffen können. Ich habe ein bisschen hier so noch ausgebaut, die Dings hingesetzt und so weiter. Viel ist nicht geworden. Ich habe jetzt hier noch die Fläche vorbereitet und ansonsten ein bisschen mich um was Nahrung zu kümmern und so weiter. Ich glaube, ich habe auch ein Feld angepflanzt, genau das sieht man hier, mit der Terra Preta, die ich gefunden habe und wir werden das jetzt alles abernten und dann an unserem Häuschen weiterbauen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, bevor wir jetzt aber ganz groß loslegen, muss ich mir selber noch einen Schluck aus der Kaffeetasse nehmen. Prost! Der ist nämlich schon wieder fast kalt und jetzt gucken wir mal, wir brauchen glaube ich ein Messer, das haben wir hier irgendwo noch. Ja, das habe ich sogar noch im Inventar. Ein paar Leitern habe ich auch und ich weiß gar nicht, wo ich die Leitern her habe. Ach ja, in den Stream sind wir ja ein bisschen rumgelaufen und da hat die Bummetrine ein paar Leitern an einen Berghang gemacht, weil wir auf dem Weg zu Höckes Neuen, laut auf meinem Ohr, Höckes Neuen Domizil in der Höhle gewesen sind und guck mal, die zwei Blöcke hier, die haben immer keine, die sind immer, die sind immer trocken. Der Rest ist immer 100% mäustiger. Das ist sehr, sehr komisch und ich weiß... Ich kann jetzt eventuell da ran liegen, dass jetzt hier die zwei Blöcke drüber sind. Aber da müsste ja der auch trocken sein, das glaube ich nicht. Naja, das werden wir wohl nie herausfinden. Das sind die Mysterien von Vintage Story. Das muss ja auch ein paar Geheimnisse geben, die nicht gelüftet werden. Das benötigt ja jedes Spiel sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben auf jeden Fall einiges an neuen Nahrung. Nahrung. Ich bring mal was weg, weil wir sonst keinen Platz mehr haben. Ich habe irgendwo Samen. Wo sind die Samen? Habe ich alle Samen? Ich glaube, ich habe alle Samen verbraucht. Dann machen wir die neuen Samen hier in diese Kiste rein. Dann ist alles beisammen sozusagen. Okay, und Essen packe ich erstmal hier rein. Das wird jetzt hier kurz mal zwischengelagert, damit wir den Rest auf unserem Feld sozusagen mit einsammeln können. Guck mal hier. Clear Quartz habe ich hier. Ich habe nämlich eins dieser kleinen Nuggets abgebaut, die da so rumliegen. Und ich habe mein Messer vergessen. Wir sollten uns dann bald mal dran machen mit Schmieden. Das können wir jetzt in der Laufe der Woche auch machen. Wir haben schon einige Sachen eingesammelt, die das sozusagen ermöglichen. Jetzt müssen wir mal hier noch die. Oh, es fängt schon wieder an zu Donnern. Das ist kein gutes Zeichen. Wobei ein gutes Zeichen für unser Feld auf jeden Fall. Aber dazu brauchen wir noch mehr Terra Preta. So, nun kann man natürlich auch auf dem anderen Untergrund sozusagen anpflanzen. Aber der ist natürlich nicht so lukrativ wie die Terra Preta sozusagen. Und ja, wie das halt so ist. Ah, jetzt sucht es mir im Gesicht. Weiter geht's. Zack. Was sind das? Ach, wie juckt noch Bart. So. Das packen wir mal da rein. Und dann wurde mir gesagt, ich soll auf jeden Fall in der Nähe von Tierspawnen zweimal zwei Löcher machen. Und damit dann dort Tiere reinflutschen. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Idee. Das müssen wir machen. Weil wir dann direkt an Nahrung in Form von Fleisch kommen. Und jetzt haben wir alles eingesammelt, was wir brauchen. Ich mache folgendes. Ich bringe das mal runter in unseren Keller. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe schon einen Keller. Julius, du Sau. Du wolltest doch mit uns zusammen einen Keller machen. Ja, das ist richtig. Das habe ich gesagt. Aber jetzt erwartet von dem Keller nicht zu viel. Denn das ist einfach nur ein Erdloch. Und zwar ist der hier schön zugepackt. Wir sollten da noch was mitnehmen. Das, 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 das. Passt alles nicht mehr rein. Deswegen packt man das. Oder ist auch, es passt rein. So. Da können wir das natürlich auch so machen, dass wir dann hier eine Leiter dran machen. Und oben machen wir dann sozusagen einen Erdblock drauf. Das ist, glaube ich, eine super Lösung, die uns da eingefallen ist. Wir sind so K-L-U-K. K-L-U-K. Ich bin so klug. K-L-U-K. Ich bin so klug. Mir war auch lange Zeit nicht bewusst, dass ich Leitern einfach nur so zwei aller zwei Blöcke machen muss. Ich habe immer die Leitern komplett, ja, so hingestreckt. Und was mir auch nicht bewusst war, ist, man kann die Leitern einfach so in den Himmel bauen, wenn man hier unten einfach dran hält. Dann kann man hier hochlaufen und sich alle Knochen brechen. Wunderschön. Jetzt können wir hier rumgucken. Sehen wir alles. Und wenn wir dann nämlich hier unten die Leiter dann wegnehmen, dann fällt die ganze Geschichte wieder zusammen. Ich mache es mal, damit ich das mal demonstriere. Und es regnet Leitern. Seht euch das an. Ist das nicht klasse? Das habe ich vorher nicht gewusst. Das ist mir letztens erst bei dem letzten Stream sozusagen klar geworden, dass das geht. Und ich habe da, ehrlich gesagt, nie darüber nachgedacht, ob das möglich ist. So, der Erdblock ist jetzt hier drauf. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall mehr Holz für unsere Hütte. Denn ich habe hier, wie gesagt, auch schon weitergemacht, nach hinten weitergeschoben, weil hier vorne wird es ein bisschen flach. Wir können ja hier hinten sozusagen uns ein, ich würde mal sagen, so Bärenlager, Bärenanbaugebiet machen, dass wir sozusagen hier durchgehen. Und ihr trinkt immer einen Schnaps, wenn ich sage, so zu sagen, das ist das Ergebnis von meiner linguistischen Schulung, dass ich immer anstatt ähm sage, so zu sagen, sage. Damit müsst ihr sozusagen jetzt leben. So zu sagen. Falls man versteht, was ich meine. So zu sagen. Das wird jetzt auch noch hochgezogen und falsch gebaut. Das ist klasse. Deswegen gehen wir jetzt mal hier rum. Äh. Hui. Äh. Hup. Hup. So. Machen wir mal den Hüpf-Sound von, äh, ich glaube, Minecraft. Gab es da so einen Hüpf-Sound? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nein. Jetzt wäre ich meiner wieder runtergefallen. Aber es gibt ja die Shift-Taste, die bewahrt uns vor Schlimmeren. Das Schlimmere wäre gewesen, dass wir hier nass wären. Oh, das ist die, äh, die Hacke. Damit lässt sich das nicht abhauen. Ist das nicht toll? Sieht das nicht schön aus? Klasse. Super. Weiter so. Ich bin immer noch am überlegen, ob ich das hier so lasse, wie das, äh, aktuell ist. Also mit diesem Hupel-Stoon oben drauf. Aktuell weiß ich noch nicht, wie es, äh, ja, sich im Gesamtgebilde des, äh, Gebäudes sozusagen einfügt. Das müssen wir dann mal noch herausfinden. Aber es ist ja auch noch nicht alle Tage Abend. Und, so. Zack. Ist das nicht toll? Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, die Folgen nicht krass zu schneiden. Ich werde das, ähm, on the fly... Super. On the fly aufnehmen. Damit ihr quasi die volle, geballte Gameplay-Power habt, die hier euch ins Gesicht prescht. Oder so. Das war jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber ihr wisst natürlich, was ich meine, ihr lieben Juli-Keeper. Na, was ist denn hier los? Hup. Holzhacken ist immer so eine schöne Beschäftigung. Da kann man sich richtig schön entspannen. Ich freue mich ja schon, wenn es darum geht, dass man hier angeln kann. Denn das mache ich auch immer sehr, sehr gerne in Minecraft. Nicht im realen Leben. Da ist mir das ein bisschen zu langweilig. Weil, wenn ich nämlich angeln gehe, dann brauche ich nur mit dem Boot rausfahren auf die weiten Gewässer. Und dann springen mir die Fische von alleine schon in das Boot. Das ist kein Witz. Das ist genau so passiert. Also so ähnlich, nur dass ich eine Angel in der Hand hatte. Aber als wir damals in Norwegen gewesen sind, habe ich das erste Mal in meinem Leben geangelt. Und ja, mein Kumpel, der hat mir gezeigt, wie das geht. Und ich habe einen Fisch nach dem anderen rausgeholt. Und was hat er rausgeholt? Immer irgendwelche Gurte, die von irgendwelchen Schiffen ins Meer geworfen wurden. Und ja, das war eine sehr, sehr traurige Zeit für ihn. Ich glaube, so viel Holz können wir gar nicht tragen, wie das jetzt hier schon wieder. Hui! Jetzt liegt natürlich, natürlich liegen die ganzen Holzstämme sicherlich alle oben auf dem Baum. Oder hier liegt noch ein bisschen was. Aber sieht das nicht schön aus, wie die Partikel hier runterkommen? Wunderbar. Ist das nicht toll? Wunderschön. Ich überlege mal, ob ich mal mit SSAO eingeschaltet spiele. Ändert sich jetzt nicht allzu viel von der Dings. Aber es wirkt, generell wirkt es auf jeden Fall etwas besser. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch schwammiger geworden ist. Es ist etwas schwammiger geworden. Deswegen möchte ich das nicht. Also die Frames, die sind zwar bei 30, aber droppen halt immer unter 30. Und das ist mir dann doch etwas... Also mein Anspruch ist da doch etwas zu höher. Wir können ja höchstens hier den Low Dings rausnehmen. Aber es ist halt so ein bisschen, ne? Also mit Schatten, wenn man hier sieht, guckt man so ein bisschen in die Ferne. Da? Es wirkt halt alles etwas kontrastreicher sozusagen. Dynamic Lights könnten wir theoretisch runternehmen. Das sieht man im Spiel kaum. Die Resolution auf 75 Prozent. Äh, 56 Prozent. Macht absolut keinen Wert aus. Oh, so, 100 Prozent. Das kann man noch ausnehmen. Das Problem ist halt, dass ich... Ach ja, Good Race. Good Race. Good Race kann ich rausnehmen. Dies bringt einen kleinen Performance-Schub. Aber auch nur minimal sozusagen. Ne, ich nehme es wieder raus. Das ist mir zu schwammig. Und das möchte ich euch nicht antun. Lieber nehme ich ein bisschen mehr dynamische Lichter rein. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Schattenqualität. Da sind wir dann immer noch bei 30 FPS ungefähr. Ungefähr. Da hinten ist auf jeden Fall Kupfer. Äh, ich meine kein Kupfer. Harz. Ein bis Harz. So, okay. Ja, wir sind am Mon... Also, heute ist ja für euch Montag. Und, ähm... Ne, heute ist nicht für euch Montag. Moment, ich habe noch eine Folge... Doch, heute ist... Doch, 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 doch. Die Folge, die werde ich am Sonntag hochladen. Dass ihr quasi am Sonntag noch eine Folge habt. Das heißt, für euch ist heute Montag. Morgens streamen wir wieder. Und wo ist meine Mimimap hin? Habe ich die ausgeschaltet gehabt? Äh, Mimimap? Die Mimimap. Meine Katze heißt Mimi. Und das ist die Mimimap. Da sieht man immer, wo die Mimi ist sozusagen. Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Und dazu hat sie dann die Minimap. Um Gottes Willen. Jetzt geht's los. Ihr solltet... Ihr solltet da nicht drauf hören, was ich sage. Einfach machen lassen. So, guck hier. Und dann können wir ja natürlich hier schon mal weiterziehen. Sozusagen ein bisschen. Toll. Und jetzt haben wir natürlich keine Hacke mehr. Ach, ist das ärgerlich. Aber so richtig ärgerlich. Oh, es wird schon langsam wieder dunkel. Das heißt, wir müssen dann mal langsam wieder Fackeln anzünden. Da, die zum Beispiel. Und die, ich habe die dort hingemacht. Da es nämlich geregnet hat, da sind die ausgegangen. Und ich dachte mir, beim nächsten Mal kannst du sie einfach anzünden. Guck mal, wir haben noch eine Hacke. Eine Holzhacke, die wir vorbereitet haben. Wir sind so gut vorbereitet. Perfekt. Danke, Vergangenheits-Julius. So. Ich finde das sehr witzig. Ich habe das mit dem Vergangenheits, äh, ja. Mit der Vergangenheitsperson habe ich das damals mal bei... Ich habe immer How I Met The Matter geguckt. Geschaut. Geguckt. Ich habe... Okay. Warte, wir essen was. Ich habe der Folge, äh, der Serie How I Met The Matter gefolgt, sozusagen. Und bin da. Egal, ich habe sie geschaut. Und, äh, da hat ja der Ted auch immer gesagt. Vielen Dank, Vergangenheits-Ted. Oder das überlassen wir dem Zukunfts-Ted. Das fand ich mal ganz witzig. Und deswegen nutze ich das auch öfters mal. Ich finde das immer ganz, ganz interessant. So. Jetzt gucken wir mal. Wo der Baum ist, dass wir den eventuell noch final fällen können, bevor das hier ganz, ganz dunkel wird. Ich glaube, das ist der hier vorne, der hier so stand. Den können wir vielleicht gar nicht... Da ist nämlich Harz. Da ist ein wenig Harz. Hm. Das ist aber viel Harz. Aber wir brauchen ja auch Bäume. Ich glaube, Harz werden wir auch so wieder finden. Da können wir jetzt erst mal diesen Baum mit runternehmen. Wir können ja mal gucken, schaffen wir das bis hoch, das abzubauen. Das hier. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich habe nämlich nach dem... Ja. Schieht mir ein bisschen. Ich habe nämlich die Picking Range, nachdem ich die Schemetics von den Spielern rübergebracht habe, vergessen habe, anzupassen. Deswegen konnten wir das jetzt nutzen. Werde ich jetzt in der Aufnahmepause dann gleich einmal rausnehmen. Mal gucken, ob wir den Baum jetzt mit dieser Spitzhacke... Ach, mit der Spitzhacke natürlich nicht, aber mit der Axt, mit der Flinte... Na ja. Okay, gut. Wir hacken den Baum sozusagen Stück für Stück nach unten. Aber ich finde das cool. Guck mal, wie viele Savlings wir hier rausbekommen. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiui. Da können wir den Baum, äh, den Wald auf jeden Fall wieder auf Forsten sozusagen. Jetzt muss ich schauen, ob ich vier Stück rausbekommen habe. Das ist einsame, klasse. Das ist spitze, super, klasse, weiter so. Ich werde jetzt hier mal gucken, ob ich hier einen großen Baum hinkriege, wenn ich hier diese vier nebeneinander setze. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber ein Versuch ist es natürlich wert. Ich mache es auch ein bisschen hell, damit ihr was seht. Und da oben ist, guck mal, da oben so viel haben wir abgeerntet. Das heißt, wir können theoretisch noch eins höher. Haben wir noch was mit? Ein Baum pflanzen. So, und da ist auch noch was. Das ist auch immer. So. Au. Ah, das tat weh, das tat weh. Meine armen alten Knochen halten das auch bald nicht mehr aus. Ich muss mich dann wahrscheinlich zur Ruhe setzen, dann lasse ich die anderen Spieler für mich arbeiten. Und sage, ich bin der Alte, ich kann das nicht mehr. Ihr müsst für mich jetzt alles machen. Dann kommen die an und sagen, Julius, ja, das machen wir alles für dich. Yeah. Super, klasse, weiter so. Das kann ich nicht, ah. Weiß ich lieber den Flintweg oder das ist Quarz? Ach, das ist Quarz. Guck mal, so. Hier müssen wir warten, bis sich der ein wenig wieder erholt hat. Zumindest das K. Wenn wir dann mehr Therabräter haben, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, das dann ein bisschen besser zu machen. So, ich gehe jetzt mal hier rüber wieder. Ich habe keine Holzachst. Sollten wir vielleicht erstmal noch eine Holzachst machen? Was ist denn das hier? Das ist ein Messer, oder? Das ist alles besser. Hier ist noch eine Schaufel. Da ist noch eine Schaufel. Eine Iron-Schaufel. Wo habe ich denn eine Iron-Schaufel her? Hat mir jemand hier eine Iron-Schaufel hingepackt? Hallo? Coole Sache. Vielen Dank. Warum er das war an den edlen Spender? Danke, edler Spender. So. Ich ziehe das mal hier noch ein bisschen vor. Und dann ist auch schon wieder Schluss für die Folge heute. Ich weiß, wir haben wieder nichts gemacht. Wir haben nur so sinnlos gequatscht. Aber ich hoffe, das ist okay für euch. Damit ihr quasi ganz genau seht, wie ich was mache. Vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen, der neu im Spiel noch ein bisschen was. Ansonsten habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, meine Tutorials anzuschauen. Ich habe mir gedacht, ich werde hier vielleicht noch eine Tür nach drüben machen. Dass wir dann da die Schmiede zum Beispiel anschließen. Das ist ja wichtig. Da müssen wir dran denken, dass wir sowas bauen. Da würde ich hier zwei Blöcke. Ich denke mal, das sollte so gehen. Oder machen wir noch... Na, wir machen noch einen Block weiter. Da haben wir hier noch Möglichkeiten, was hinzustellen. Da kommt dann hier sozusagen unsere Tür rein. Können wir eine Doppeltür machen, sozusagen. Und dann ist alles schick. Gut. Hier ziehe ich es mal durch. Da kommt später noch ein Fenster rein. Das kann ich dann aber später machen. So. So und so. Gut. Ja. Es ist dunkel. Ich kann jetzt eh nichts machen. Deswegen werde ich jetzt erst mal schlafen gehen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, es sind Spieler auf dem Server. Mal gucken, ob die bereit sind, mal ins Bett mit mir zu gehen. Oh, Julius, ich will mit dir ins Bett gehen. Nein, ich möchte doch nicht mit dir ins Bett gehen. Ich möchte einfach nur zusammen mit dir schlafen, damit es wieder hell wird. Oh ja, ich freue mich, dass es mit dir ist. Yeah. Ja, es ist gut. Ich würde sagen, ihr könnt mich gerne abonnieren, wenn ihr mich noch nicht kennt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Das würde mich freuen und hilft mir auch immer sehr. Und ansonsten, es gibt die Möglichkeit einer Kanalmitgliedschaft. Für ab 99 Cent habt ihr die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Es gibt ein paar kleine Vorteile und unterstützt mich sozusagen damit. Morgen ist, wie gesagt, wieder Stream auf Twitch. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, schaut euch noch die anderen Videos an. Es gibt ja einiges zu sehen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Macht gut bis dahin und bleibt so schön. Tschüss. Ich muss mal Emojis noch einbinden.